Und jetzt gehen wir zu einem Karussell. Und das ist sogar was geworden, aber jetzt kam eine Piranha-Pflanze, aber das macht nichts, solange sie mich nicht feuerig macht und damit dann. Und hoch da! Huga! So, Moment. Jetzt versuche ich mal, mich da irgendwie hochzutasten, dass ich... Oh, vielleicht kriege ich den... Vielleicht kriege ich das Leben. Na, da muss man springen, das war mir klar. So, ich versuche mal zu schauen, wie das ist, wenn ich... Ah, ich wollte nicht in die Richtung. Okay, also, ich versuche jetzt ein Manöver. Das ist richtig krass. Oh. Alles klar. Also, das war gut, oder? Na, komm. Nicht runterfallen, sonst habe ich ein Problem. Gut, wir sind hier. Das ist schön. Okay, jetzt muss ich hier schauen, wo es eigentlich... Ah. Shit. Oh Gott. Runter, 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 so weit wie geht. Gut. Es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm. Ich habe mir nur ein bisschen den Bittern verbrannt, aber sonst ist alles okay. Okay. Zack, hoch. Ganz locker. Kamera drehen. Kamera drehen. Oh, weia. Schaffe ich. Jetzt, 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 jetzt. Egal, ich bin da. Ich habe es geschafft. Oh Gott, nein. Das habe ich voll vergessen. Nicht die Piranha-Pflanze, sondern das Stück danach. Oh Gott. Nein. Einfach nur nein. Oh Gott. Ja, okay. Ich bin hier und ich kann immer noch weiter. Egal, wie weit ich es schaffe, bevor ich hier wirklich wieder, äh, entweder sterbe oder irgendwo runterfalle oder, naja, eigentlich sterbe. Ich sterbe hier irgendwo. Hey, bis jetzt hast du es überlebt. Ja, aber das muss ja nicht immer so sein. Oh, so, Moment. Tada. Lebensenergie. Okay, also, erst mal ein Stück zur Seite noch und... Und runter? Ja. Ja, egal, ich... Es ist okay, wenn ich ein bisschen Lebensenergie dadurch verliere. Hauptsache... Alles ist gut. Überleben. So, genau. Hauptsache ich überlebe. Und Hauptsache ich kriege hier ein bisschen Lebensenergie dazu. So. Dann müsste das eigentlich fast immer hinhauen. Oh. 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 Das war ein bisschen zu schnell. Ein bisschen zu schnell, ja. Ja, ja. Aber das wird noch. Yippie! Yippie! Cool. Also, ey, 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 ey. Ich bin noch nicht gestorben. Das möchte ich hier mal bitte zu Protokoll geben. Also, beziehungsweise ich bin jetzt noch bis zu dieser Stelle nicht gestorben. Ich bin so weit gekommen und hab überlebt. Das ist krass. So, und... Zack. Diesmal sogar ohne Schaden zu nehmen. Zack. Und... Ganz locker. Ganz langsam. Ganz locker. Ganz langsam. Ich seh nichts mehr. Und... Shit. Oh. Oh, Moment. Hey, Axeljohn. Yippie. Also, der Yippie von Mario, ne? Das wäre auch ein toller Sound. Yippie! Oder was? Ja. Okay. Ja, von mir aus. So, jetzt muss ich nur noch warten, bis das Ding mal wiederkommt. Oder ich muss tatsächlich versuchen... Nein, das schaffe ich nicht. Nein, das schaffe ich nicht. Nein, das schaffe ich nicht. Das geht gar nicht. Kommt das Ding nochmal wieder? Ach, ich fass es nicht. Kommt nix. Na gut. Ah! Moment. Muss ich da überhaupt hin? Oder geht das auch so? Komm. Die Münzen will ich? Ja. Die Münzen habe ich. Okay, ich muss da hin. Gut, gut. Gut zu wissen. Oh, fuck. Oh, fuck. Entschuldigung, dass ich Kraftausdrücke benutze, aber... Äh... Das ist ein böser Beruf. Ja. Ich bin ein böser Bub, Mann. Ja, Mann. So, jetzt bitte einmal die Kamera auch drehen. Natürlich nicht. Supi. Ähm... Bitte. Danke. Oh Gott. Das kriege ich aber hin. Das schaffe ich. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht mehr so weit. Du hast ja mal wegen dem Spiel Tedris was gesagt. Übers Key-Extellung. Tetris-Kinect-Steuerung? Das ist ja noch einfach. Ah, das gibt's... Ah, er ist runter. Er ist runter. Aber ist egal jetzt. Hä? Ist egal jetzt. Okay. Das klappt. Ich will den ein wenig in die andere... Ja, so in die Richtung. Und... Das gibt's nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nur... Das kann nicht wahr sein. So weit und doch so fern. Jetzt. Aber egal. Egal. Ich krieg ein Leben, wenn ich hier lang gehe. Das ist doch schon mal was Positives. Findest du nicht... Oh, scheiße. Naja, wenigstens hatte ich ein Leben. Das wird nicht viel. So, ähm... Hallo? Hallo? Hi. Hi. Dein Mikrofon ohnt schon wieder. Ja, ich hab's grad gerichtet. Ja. Ich hab grad... Ich bin mir noch nicht wirklich deutlich. Ich bin nicht deutlich zu hören. Oh, das erzähl mir nicht. Es sind ein paar Unterbrechungen. Bei dir vielleicht. Ja. Bei allen anderen auch. Wenn ja, dann... Tut's mir leid. Dann ist das grad... Dann liegt das daran, dass ich's gerade richtig... Ich glaub, das verstehen sie schon. Naja, wenn da Unterbrechungen und sowas drin sind, dann versteht's vielleicht keiner, was ich sage. Moment. Oh, jetzt ist das auch noch abgegangen. Weil ich dran rumgespielt hab. Moment. Ja, ich mach solchen Quatsch beim Livestream. Andere Leute spielen nur irgendwelche... Irgendwelche... Nuschenspiele wie League of Legends und... Hey! Äh, im Livestream. Oder so. Ich spiel das auch ein bisschen, League of Legends. Aber nicht im Livestream. Das heißt hier, weil... Upsi. Upsi. Ab in den Turm. Ja, mei. Auf einmal mehr oder weniger kommt's auch nicht an. Findest du nicht auch? Hallo? Ja, warte kurz, warte. Ach, immer diese Leute, die dann einfach... ...Kar gehen und mit anderen streiten. Ja, sorry. Das mach ich ja nicht mehr. Oh, das tut mir leid für alle, die gerne mit dir geschrieben haben. Tut mir leid. Nein, das ist... Nein, das ist... Ich hab ja auch ein Messung trink. Ich hab ja auch noch ein Handy. Uuuuuh. Was bringt dir dein Handy, wenn ich trotzdem merke, dass du mit anderen schreibst? Ja, aber das hörst du nicht mehr zu tippen. Ja, super. Äh, Scheiben. Mist. Vielleicht bin ich gar keine Frau Stuhlhase. Äh. Dann wird das mit der Multitask-Fähigkeit auch erklärt. Und wenn du nach Hause kommst, bin ich immer noch Manuel Neuer. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ähm... Ich krieg das noch hin. Und ich bin drauf! Ja! Nein! Ja! 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 So hat man noch niemals mitgefiebert beim Mario-Spielen. Ja! Bei der Rehmogen-Strecke! Und hüpp! Ach komm! Das schaffe ich! Ich hab's geschafft. Okay, ich bin wieder an dieser Stelle angekommen. Das ist ja schön. Ja, dann musst du jetzt einfach nur hoch, dann halt wieder ganz runter. Ja. Kamera... Action! Und... Uh! Vorsichtig! Nicht zu weit! Oh Gott! Oh Gott! Das war doch mehr Glück als alles andere! Oder? Nee, Moment! Ja, mehr Glück als verstanden. Danke, dass du das noch so gesagt hast. Es freut mich, dass du so von mir denkst. Ja! Hab dich auch nicht, Aldi! Ja! Mist! Und es ist klar gewesen, dass ich wenn schon, denn schon wieder... Naja, nicht ganz unten lande. Aber ich weiß ja, wie ich hier weiterkomme. Oh! Nein! Noch nicht! Genau! Ja! Oh! Oh! Noch nicht! Oh, komm schon! Oh, komm schon! Genau! Aber ich schaff das! Jetzt! Nicht! Was war das? Oh, ich hab... Ich hab tatsächlich das Leben bekommen und nicht mal Schaden genommen! Ich bin so gut und das war mehr Zufall als alles andere! Oh, was? Ah, okay! Okay! Ich hab da wahrscheinlich... Moment! Ah! Mist! Noch mal rum! So klappt es nicht mehr! Ich weiß es auch nicht! Moment! Es klappt noch! Jetzt! Jetzt! Ja! Genau! Genau! Genau so! Ja, das ist richtig! Günther! Komm! Komm! Hoch! Komm schon! Komm schon! Mal sehen, wie es aussehen würde, wenn ihr jedes einzelne erklimmen würde! Oh Gott! Okay, so! Tag! Dass du diese rote Münze jedes Mal riskierst, ne? Das ist nicht riskieren! Also das ist ja wirklich nur einfach gewesen! Du könntest ja fast rausspringen! Und ich glaube, ich muss das mal machen! Sicher, sicher! So! So, jetzt sind wir wieder hier! Jetzt sind wir wieder hier! In meinem Revier! Ja! Egal! Ja, Axio! Was? Ist die Sabi eigentlich eine Zuschauerin von mir? Nein! Nein! Sie ist eine... Stalkerin? Nein! Ja, natürlich! Nein! Was bist du denn? Was bist du? Du bist eine Zuschauerin! Sogar eine langjährige Scheiße, Mann! Entschuldigung! Ich wollte dich nicht so nennen! Ich bin scheiße! Und ein Mann! Nein! Du bist es nicht! Es tut mir leid! Nee! Ist ja okay! Oh Gott! Das ist so... Ah! Ja! Den Stein krieg ich jetzt natürlich! Sapi ist Emi? Was? Ja! Sapi ist Emi! Nein! Wer ist Emi? Dein Herz? Willst du Emi sein? Dann bist du jetzt Emi! Nein! Warum nicht? Emi ist cool! Diesmal nicht! Heute nicht! Stirb Mario! Heute nicht! Oder... Nein! Okay! Also, wir sind wieder an der Stelle, wo wir voll... Moment mal! Da muss ich doch gar nicht hin! Warum hat er das gar gesagt? Ich muss doch hier hin! Och Mann, nö! Nein! Blöde Pflanze! Don't smoke weed everyday! Mama mia! So, es kommt dir auf die Idee, Kinect zu benutzen und Mario zu spielen. Nein, ich habe nichts mit Drogen am Hut. Ich kann das auch ohne! Und wuppa! Na, von dir aus geht's jetzt wieder! Boah, das war ein perfekter Sprung! Kannst du sagen, was du willst! Oh shit! Aber das war keiner! Oh Gott! Das war ein knapper Sprung! Das war ein sehr knapper Sprung! Knapp und knapper! Scheiße! Ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwo hinrenne, wo ich nicht hin will! So, und jetzt! Und, oh! Schön! Oh Gott! So! So! Okay! Ganz locker bleiben! Bisher sieht's gut aus! Ja, ganz locker bleiben! Ich schau ganz kurz auf die Kamera! So! Ähm! Äh! 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 Nochmal! Warum, warum guckt er sich nicht so hin, wie ich das will? Und zacka! Tja, wir werden nie erfahren, was an der Stelle ist, wo man normalerweise hingehen muss! Oh! Und jetzt den nächsten auch erklimmen! Nein! So, wir haben sogar einen übersprungen! Und, ja! Oh Mann! Das Bad heute Abend hab ich mir verdient! Äh! Scheiße! Oh Gott! Aber es hat funktioniert! Möchte ich mal meinen! Es war gut gesteuert, muss ich zugeben! Fünf! Komm! Dann denkst du so, nein, ich will nicht! Oh nein, 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 nein! Ach, das gibt's nicht! Nein, Mario! Und ich! Ja, genau! Tschüss, Mario! Also diese Stelle auch! Okay! Wie wär's mit einem anderen Level? Hat wer gesagt? Ich! Komm! Bis ich Game Over bin, dann mach ich ein anderes! Ja! Nee, mach was du willst! Mach was du willst! Mach was du willst! Mach was du willst! Nein, ist so gemein! Das... meinte ich auch nicht! Yippie! Oh, das war schön! Also wirklich, dass von mir immer erwartet wird, dass ich immer zweideutig denke! Ah, schön! Jetzt noch hier durch! Und hopp! Okay! Soll ich's diesmal? Oh Gott! Das mach ich! Ohne die Kamera zu drehen! Oh! 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 Ich muss ein bisschen nach rechts! Ja! Ja, ich muss ein bisschen weiter rechts hin sein! Dings! Ach komm! Das hat auch nichts gebracht! Das willst du schon hinbekommen! Das willst du schon hinbekommen! Das willst du schon hinbekommen! Du schaffst das schon! Du schaffst das schon! Du schaffst das! Ganz alleine! Du hast ganz krumme Beine! Nein! Schaffst das schon hinbekommen!